ja TÜRODIN ich will reisen ja ich weiß pack den Koffer lasst uns gehen in dem Schnee äh spielen ich kann mich reiben heute ist unglaublich nicht nur heute du schaust deinem Ort für einen Weg in den Wald wir gehen da wir bekommen was drin ist und wir benutzen ihn um ihn zu töten ja ja wir sind doch ein bisschen blutrünstig da muss man hin ja ich schieße was auf dich ach das ist die ja ich erinnere mich ich erinnere mich mhm Aua ich hab einen Sniper warte mal ja die doch ich schieße bescheuert gut dass den ersten schaust du und du hast in der ich sehe dich ja das ist für alle und die friert ein die friert vor allen ein das ist keine Granate das ist ein Raketenwerfer nicht schlecht wo ist denn der da unten ach da wo ist denn der wo ist denn der das ist ein 23er alter so einer ist erledigt also ich geh jetzt mit laser piu piu runter ach das guck ich hab doch eine Frozen dabei gehabt also ich geh mit laser piu piu runter und du machst den Rest die Schilde sind halt runter dementsprechend kannst du den aufballern der vordere wäre ganz gut eigentlich na ist egal ist gut wo ist denn der zweite ist der schon kaputt? ne da ist noch irgendwas klar ist noch mal einer aber den na komm schon was denn? was macht der da oben? der steht da oben drauf da komme ich nicht dran so jetzt ist der Torch ist das eine Legendary? glaub ich so ne doch nicht ich treff den nicht weil der ist da oben ist das äh ist der da oben ja ich treff ihn jetzt ah jetzt ist der Torch toll ja der hat der hat da rumgehampelt wie wieso geht nicht mehr also wie du quasi ja genau ganz genau so wie ich ja geht schon viel besser mit der Waffe gar kein Problem zwei Stück kurz ja nicht mehr so wie das letzte Mal man erinnert sich du ein bisschen also ich schieße jetzt immer mit der Waffe im übrigen die Dinger weg die Schilde dann kannst du mit irgendwas anderem einen Rest bauen you know what I mean? dann müsstest du nur mal langsam runterkommen dafür oder auch schneller ich bin schon hier unten ich feuer schon auf jemanden ja schön der dauert ewig bei dir ooooh das ist der Sniper oh der ist du fast hier nein 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 Oh, für die Legion! Ich liebe dich! Von wo kam der denn? Ich fühle mich wie ein dummer Mann. Oh mein Gott! Den kannst du behalten, den will ich nicht. Ja, deswegen sag ich ja. Ich geh mal hier rüber. Nein, zu weit, zu weit, zu weit. Ach, hab's geschafft. Waffen. Weißt du was? Ich cheat jetzt auch ein bisschen. Oh, keine Munition mehr, ist nicht gut. Muni? 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 Munition? Irgendwo? Ab, ab! Attitude. Badass-Token. What? Meine Attitude ist vollkommen in Ordnung. Ähm, naja... Ich sollte mal für Sommerstoff. Im Übrigen mache ich gerade Sniper-Automatik-Kills. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch welche hätte, ist es nahe weg. Sieg. Alter Schwede, also hier ist ja echt... Finde ich gut, macht mir Schmaß. Auf allem momentan. Ups. Was ist los? Äh, der braucht schon Handfeuerpistole, wenn man Sniper hat. Schmaß! Oh, ja, ja, schön mit dem Sniper. Aber... Ja, er ist weg. Jetzt wird sich wieder... Oh, 1500 Schaden. Warte, fuck. Ja. Oh, 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 oh. Was ist denn? Oh, auch keine Munition mehr. Oh, der schmeißt irgendwelche Kübelchen. Nein, nicht erschießen, nicht erschießen. Nein, nein. Ab ihm. Oh, die... Diese Dinger sind ja super böse. Ja, die tun weh. Heilige Mutter Maria Gottes, wer auch immer. Die Roboter sind uns, oder? Die Roboter sind uns, der Rest ist nicht uns. Problem ist nur, ich hätte gerne mal Munition, weil... Jetzt reicht's. Das ist ein Badass, das ist ein Badass. Ich mag nicht, er hat eine Axt. Ich mag nicht, er hat eine Axt. Es reicht. Eins. Zwei. 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 Ich brauche Munition! Oh, scheiße, hier oben sind auch noch welche. Wo ist denn denn schon wieder hin, jetzt verdammt? Ich? Ja. Ich glaube, das war alles. Oh, er ist tot. Der Badass ist unten. Der Badass ist unten. Oh, einer kann fliegen jetzt auf einmal. Hey. Hey. Munition, 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 Munition. Das ist die richtige Munition. Au. Nicht umdrehen, du scheiß blöde Auto-Sales-Korrektur-Kacke. Mann, ey, ich hasse das. Diese blöde Scheiße, ich ziehe gerade auf einen, ich bewege meine Maus kein Stück. Das Ding dreht sich um und schießt irgendwie auf den Boden, wo irgendein Gegner dahinter steht. Das ist total beschissen, dieses scheiß Dreiksteil. Oh, du gewonnen. Wir fahren dieses Spiel. Ohne Scheiß. Danke. So eine verfickte Kacke. Wer sich das programmiert hat, gehört echt 10 Milliarden Mal durch die Gegengepeitscht. Irgendwann steht da keine Munition mehr. Super. Das ist der nächste Bullshit. Ja, die sind beide tot, weil null Munition. Laser kommen weg, Laser sind scheiße. Viel zu langsam treffen nix. Machen viel zu wenig Schaden. Ey, ich steh genau vor ihm, ich treffe nicht, wie geil. Haha. Das ist so der absolute Bullshit. Ne, also erst mal Munition sammeln, wenn ich wieder respawne. Und den Laser raus. Dann lieber eine SMG oder irgendein Blödsinn. Dann betreff ich wenigstens. Am besten mit, 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 mit. Keine Ahnung, 12 Millionen Munitionsteilen. Alter Schwede geht mir das am Sachser. Äh, oder ich nehm ne Shotgun. So. Effekted vs. Shields. Ich hab hier vorhin noch nicht drin. Das ist auch ein scheiß Laser. Ne RPG ist auch kacke. So, jetzt sind alle tot hier. War nicht ganz. Jetzt werde ich erst mal Munition holen. Ganz normal, ganz gemütlich. Du bist mein Millionsteiner. Du bist mein Millionsteiner. Du bist mein Millionsteiner. Du bist mein Millionsteiner. Und Freude ist immer. Mit, keep'n uns. Good luck. So. Ich hab hier nicht. Weeeee. Ich geh jetzt auch erst mal Munition holen. Ich glaub das ist eine ganz gute Idee. Wo muss ich denn dafür hin? Ganz nach oben. Na schön. Doch so. Ganz noch sterben. Musst schneller wieder oben. Äh oben. Ich sterbe so ungern. Oh, 40 Mondsteiner. Mondstein, flieg und sieh. Ja, lange du dich an den Kopf wirfst ist alles gut. Hi. Ciao, bye. Ich geh jetzt mal ein bisschen schießen und guck mal ob ich noch was kann. Außer, dass ich dann wahrscheinlich wieder sonst irgendwas treffe. Also kann ich dir sagen. Nee. Fresse. Dann sperre ich dich wieder in den Keller. Zu dir in der Waschmaschine. Meine Waschmaschine steht nicht im Keller. Ja, die steht im Badezimmer. Ja, das hab ich im Übrigen auch gehört. Ja, das hab ich im Übrigen auch gehört. Nee, das war von meinem Schlafzimmer aus, was du gehört hast. Das ist egal. Ich will nicht wissen, was du im Schlafzimmer gemacht hast, Mann. Oh, yeah. Oh, um mich draufzuspringen, du Scheißviech. Okay, das muss definitiv anders hier erledigt werden. Oh, die Nahkampf sind echt an. Ja, die Nahkampf sind echt super übel. Ja, diese Violetten. Ja, der ist dann auf mich zugestanden gerannt. Die Restchen sind nicht so das Thema. Okay, diese Violetten, die sind echt drauf ins Wege. Ich muss so schön, wie da oben einer rumfliegen. Wenn diese Kacke halt, wie gesagt, mal treffen würde. Ja, der ist Lost Legion. Komm, du ruf mich zu. Wenn du dich nicht haben, dann kannst du haben. Treffen wir nicht von dir. Wenn ich jetzt noch was treffen würde, momentan. Jetzt treff ich wieder was. Hör auf dich so zu drehen, du Scheißtusse. Ja, war ja klar. Komm, ja, aber ab dich. Weg, 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 weg. Oh, du bist auch da. Oh, du hast den dicken Bär, der ist am Arsch. Ich schieße den Schilder runter, jetzt kannst du. Ja, mehr du. Yeah, zu zweit geht's dann doch einfach. Wo ist denn der, der immer so Granaten schießt hier? Da hinten. Da ist der. Oh, schön. Ach, es ist ja momentan noch Weihnachtsdekoration, deswegen ist alles umschleift. Achso, ja, richtig, stimmt ja. Wir sind ja voll in der Weihnachtszeit und so. Ja, ho, ho, ho und so. Ja, das ist immer, hier ist immer Weihnachten. Hier ist immer Weihnachten. Ja, richtig, genau. Ja, so, nachladen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da, gut, ich folge dir mal. Der Mann hat einen Orientierungssinn von einer Frau. Er hat ja vorhin schon gesagt, von wegen deiner innere Frau umarmen. Passt ja sehr gut. Richtig. Okay. Oh, ein Schuss Schilde weg, das ist nicht gut. Ah, ein Schuss, äh, down. Das ist wieder so ein Essential-Kedöns. Ja, das sind diese Superviecher, es sind zwei im Übrigen von denen. Versuch den einen noch zu erschießen. Kampf, Sean. Das ist der Grund, habe ich gerade irgendwie durch dich und bin nur erwischt. So, der eine ist tot. Erkehr, 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 erkehr. Ich habe, ich bin auch ein bisschen besser nachgeführt. Ah ja. Ich schicke mal meine Viecher drauf. Ja, Hauptsache erst mal nachladen, alles klar. 4900 Krits. Ich bleib bei der Sniper-Rifel. Oh, diese scheiß Geschützter um, die sind auch erledigt. Ich habe schon weitergegangen. Ne, ich nicht, aber roll. Und los geht's. Ja, genau. Schieß auf den Turm. Das ist so geil. Hinter mir lag im Übrigen ein Legion-Fremich ein rum. Oh. Oh, ich muss weg. Ah, shit. So langsam. Jetzt sind wir beide down im Übrigen. Ja. Und das sieht nicht so gut aus. Nein, das sieht wirklich nicht so gut aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Bisschen hoff ich. Na, schade. Ich muss nachladen, dauert zwei Jahre. Fliegt da oben rum. Und ist jetzt in Deckung gegangen. Na, du blöde Pfotzenkopf, du. Oh, Mann, ey. Ich hasse dieses Spiel. Und der Turm ist gerade noch hofflich gespawnt. Sehr geil. Es ist zum Kotzen, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist aber auch bescheuert, dass man so weit wieder hinten spawnt. Ich meine, für die Funktion ist es gut, der Rest ist scheiße. Ich bin derzeit echt nicht begeistert vom Spiel. Ich möchte nochmal kurz behaupten, äh, sagen. Nicht nur, weil wir unglaublich schlecht sind. So schlecht jetzt wäre einer doch eigentlich schon mal. Doch, wir sind unheimlich schlecht. Ich glaube, den kann man echt weglassen. Das ist echt, tut mir leid, aber. Aber der Teil ist einfach... Wir treffen einfach nicht. Ist, nee, nee. Selbst wenn ich treffe, oder diese Funktion von diesem Charakter, habe ich schon zigmal angeflamed, und werde ich immer wieder anflame, ist so zum Kotzen. Du musst jede triviale, blöde Drecksquest neben mir machen. Jede einzelne, um überhaupt irgendwie level-technisch und equipment-technisch umzukommen, um dann natürlich die Story spielen zu können. Ist auch scheiße. Ja. Und... Also richtig grimy war Borderlands ja immer schon. Aber es macht doch nicht so viel Spaß. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie... Viele sagen so, ja, die Mondrichtung ist richtig cool. Was neu ist, rumhüpfen. Three-Dinimensional Gameplay. Kann ich ja sagen, ja, ist natürlich ein nettes Bonus-Ding. Aber ich wollte nicht Super Mario spielen hier in dem Spiel. Ernsthaft. Ich wollte ein schönes Borderlands spielen. Ich glaube, wir müssen da vorne wirklich rein. Ja, müssen wir. Das ist es ja. Wir müssen da rein. Jetzt haben wir voll bewaffnet. Ich habe meine Sniper-Deck... Ach so, nachladen wir noch. Gute Idee. Die Sniper-Deck drin mit 8 Schuss. Da wird dann gleich gezündet, und wenn ich Pech habe, schieße ich dann wieder wahrscheinlich direkt auf dem Boden, unter mir, auf irgendwas drauf. Ach, ich bin drum rumgelaufen. Entschuldigung. Wir schießen übrigens durch die Wände. Ist auch ganz toll. Können wir mich da mal kurz in den Turm? Ich habe schon mal gekisst. Sehr schön. Ich muss mal kurz in Deckung. Sniper, bitte mal her. Danke. Du stehst. Genau, jetzt kommen wir drunter. Zack, Crit ins Gesicht, tot. Du musst mich verarschen. Zack, Crit ins Gesicht, tot. Ich habe den nur auf den Kopf geschossen, und die Schüsse sind durch den durch. Ja, ich habe den jetzt erschossen mit zweimal. Ist auch okay. Hauptsache irgendeiner hat den dann erledigt. Ja. Ja. Es hat sich nur auf den Kopf geschossen. Dann hat er sprach. Ich verstehe jetzt. Es hat uns in eine Valt von so einem. Ich werde von der Seite beschossen. Und ein Loch, David. Aber so viel mehr ein. Also welche oben? Ich habe es gesehen. Das Ver через unruh's ist sehr martial tungente Weg. Zack. Das Schüsse steDonald der Menschenme lassen oder aber? Warum ist das in der Spielkirche? Weiß' ich jetzt nicht genau. Aber jetzt nicht gut machen, einen wohnen. Ich weiß matches nicht genau. Er läutet, was Proalenver handicap ist instaliert. Essentially in der Kopf haben wir alleine hier wieder geholfen. Oh Gott! Wow, 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 da kommt ein Boss! Oh, was der? Oh scheiße! Guardians? Defenders of the World? Ich höre, Sie sind gespottet! Schau Sie! Oh! Lade schnell danach, Mann! Ah, man kann auf das Ding schießen! Das war's schon! Okay, der war ja jetzt nicht sehr überragend. Ah! Guardians im Sinne von mehrere! Äh, okay, ich muss weg. Aua! Oh, die springen auch schön durch die Gegend. Die haben wohl irgendwo mal eine Ballettschule besucht. Der hat ein Schild dahinten gebringt. Jetzt nicht mehr. Haha, Krit ins Gesicht! Noch ein Kripp ins Gesicht! Oh, Munition ist alle! Muss Munition suchen! Munition, Munition, Munition! Was soll ich denn tun? Zu spät, zu spät! Das ist keine Munition. Auch keine Munition. Die rifle ist echt super. Ich kann gut ins Geschichte schießen, aber ich brauche Muni. Das ist Muni, da ist Muni. Jawoll! Ich werde zurück! Ich werde zurück! Du bist beschossen von links. Ich habe es erwischt. Das war ein Raketenturm. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Was glaubst du? Ja, ich habe dir gerade mal kurz den Arsch gerettet. Nein, Quatsch, aber ich habe dir zumindest was weggeschossen. Finde ich sehr, sehr freundlich von dir. Den Hintern. Ich bin gar nicht gewohnt. Ich habe ja gesagt, ich muss nach der Position suchen gehen. Und du sahst ja alles in Ordnung aus vorne. Ja, bei mir sieht vorne alles immer in Ordnung aus. Ja... Äh... Franzig... Picklich... Eklig... Woher weiß ich das eigentlich? Hä? 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 Oh, ich muss nachladen. Das ist nicht gut. Das war 3. Ich sehe dich bald. Au, 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 au. Scheiße, der ist gerade ascendet. Das ist nicht gut. Sag ich doch. Ja, du solltest da nicht um ihn stehen. Er hat nämlich diese Special-Fähigkeit gerade, und das ist nicht so toll. Fucke Kugeln, ey. Danke. Cool. Eine muss ja das Feuer fressen. Eine für dich, eine für mich. Ich bin schon egal. Das ist doch eine große, starke, blöde hole. Erspiel das. Lecker. Immer auf das verdammt große, lila Loch zu. Ist da ein lila Lochiebär oder wann? Ja, da war schon ein bisschen... Vielleicht kann ich es bei meinem dicken, großen Piep stopfen. Dann ist es direkt zu. Ah... 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 Ah...